hallo rasenfreaks der erste wirklich crazy cut der erste hat jetzt lange wieder geregnet hatte keine zeit zu mähen ganze woche es ist jetzt warm geworden wir haben jetzt 17 grad abendstimmung und das gras ist fett jetzt mal so richtig runter mit meinem spinnenmäher ein bisschen tief ein drittel sollten wir nicht nur mähen aber egal wir ziehen jetzt durch so Krass, krass. 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 Krass, krass, krass. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020